Im heutigen Video werde ich dir erklären, wie genau man das Variationsproblem lösen kann und dabei werden wir dann die Euler-Lagrange-Gleichung herleiten. Fangen wir mal an, wiederholen wir schnell mal, worum geht es denn im Variationsproblem. Wir haben irgendeine Größe S und diese Größe S soll minimiert oder maximiert werden. Diese Größe S ist gegeben als das Integral von x1 bis x2 über eine Funktion f, die hängt ab von einer Funktion y-abhängig von x, von der Ableitung dieser Funktion und explizit von x. Das heißt, in dieser Funktion f hängt alles nur von x ab und wir können diese Funktion f nach x integrieren. So, und das Ziel ist es jetzt, eine Funktion y-abhängig von x zu finden, die wir hier einsetzen, sodass dieses S hier minimiert oder maximiert wird. Diese Funktion y-abhängig von x, die soll noch durch zwei bestimmte Punkte gehen und eben S stationär machen, das heißt, minimieren oder maximieren. Grafisch kannst du dir das ungefähr so vorstellen. Wir suchen eine Funktion y-abhängig von x, die durch zwei bestimmte Punkte geht und sodass, wenn wir diese Funktion hier einsetzen ins Integral, diese Größe S minimal oder maximal wird. Das Ganze ist jetzt aber nicht so einfach, weil diese Größe S, die hängt ja nicht einfach nur von irgendeiner Variablen, zum Beispiel Alpha ab, sondern hängt von einer ganzen Funktion ab. In diesem Fall ist es ja ziemlich einfach, das Minimum zu finden. Man muss einfach S einmal nach Alpha ableiten, diese Ableitung 0 setzen und so kommt man dann aufs Minimum oder aufs Maximum. Wir werden jetzt versuchen, dieses Variationsproblem auf diesen einfachen Fall zurückzuführen. Und das machen wir folgendermaßen. Sagen wir mal, diese rote Funktion y-abhängig von x, das ist schon die gesuchte Funktion, die S minimiert. Sagen wir mal beispielsweise, wir wollen S minimieren. Jetzt schauen wir uns eine weitere Funktion, Groß-Y-abhängig von x an. Diese Funktion ist gleich y-abhängig von x, das ist die gesuchte Funktion, die S minimiert, plus irgendeiner Störfunktion Ether abhängig von x. Die neue Funktion Groß-Y soll noch immer durch die beiden Punkte x1, y1 und x2, y2 gehen und deswegen muss diese Störfunktion Ether an den Stellen x1 und x2 0 sein. Und wenn wir jetzt diese Funktion Groß-Y hier einsetzen, dann wird der Wert von S, wenn wir Groß-Y einsetzen, größer sein als der Wert, wenn wir Y einsetzen. Weil y ist ja die Funktion, die S minimiert. Als nächstes machen wir jetzt folgendes, wir führen vor dieser Störfunktion Ether einen Parameter Alpha ein. Dieser Parameter Alpha, der erlaubt es uns jetzt, diese Störfunktion sozusagen aus- oder einzuschalten. Wenn Alpha zum Beispiel 0 ist, dann ist die Funktion Groß-Y gleich der Funktion Klein-Y. Desto größer wir Alpha machen, desto stärker weicht diese Funktion Groß-Y von der minimalen Funktion Klein-Y ab. So und jetzt setzen wir diese Funktion Groß-Y hier in S ein. Das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Jetzt können wir diese Größe S als eine Funktion abhängig von Alpha betrachten. Zeichnen wir mal auf, wie diese Funktion ungefähr aussehen würde. Wir zeichnen auf der Y-Achse S auf und auf der X-Achse zeichnen wir Alpha auf. So S abhängig von Alpha. Wenn Alpha gleich 0 ist, dann ist S in einem Minimum, weil dann ist ja Groß-Y gleich Klein-Y und Y ist ja die Minimalfunktion. So das heißt, sagen wir mal, dieses Minimum befindet sich dann hier. Wenn wir jetzt Alpha erhöhen, dann führen wir ja hinten so eine Störfunktion ein und damit wird S dann größer werden, weil Alpha ist gleich 0 ist ja das Minimum. Das heißt, das könnte dann zum Beispiel so aussehen. Und wenn Alpha negativ wird, dann führen wir hier hinten auch eine Störfunktion ein und dann wird S auch größer werden. Das heißt, S abhängig von Alpha wird ungefähr so aussehen. Und das Wichtige ist, S abhängig von Alpha hat ein Minimum bei Alpha ist gleich 0. Und das können wir jetzt verwenden. Wir wissen, die Ableitung der S nach der Alpha an der Stelle Alpha ist gleich 0 muss 0 sein. Also berechnen wir mal diese Ableitung der S nach der Alpha. S ist dieser Integralausdruck und weil die Grenzen X1 und X2 nicht von Alpha abhängen, können wir diese Ableitung ins Integral reinziehen. Das sieht dann so aus. So berechnen wir mal diese Ableitung. Dieses f hier ist natürlich dieses f hier. Das müssen wir jetzt nach Alpha ableiten. Und diese Ableitung, die sieht so aus. Hier muss man die mehrdimensionale Kettenregel verwenden. Weil f ist ja eigentlich eine Funktion, die abhängt von y, von y' und von x. Das heißt, f hängt nicht explizit von Alpha ab. Aber wenn wir uns diese Funktion hier oben anschauen, dann sehen wir, dass y und y' von Alpha abhängen. Das heißt, wir müssen die mehrdimensionale Kettenregel verwenden. Diese Ableitung ist gleich die f nach dem ersten Argument nach y mal die Ableitung dieses Argumentes nach Alpha. Dieses Argument ist gleich y plus Alpha mal Eta. Und das ist einfach eine lineare Funktion in Alpha. Und die Ableitung ist genau Eta. Genau das gleiche beim zweiten Argument. Wir leiten f nach y' ab. Das ist dieses ganze Argument. Und dann noch mal der inneren Ableitung. Das heißt, mal diesem Argument abgeleitet nach Alpha. Und das ist wieder eine lineare Funktion. Und da bleibt dann Eta' stehen. Und so kommen wir dann auf diese Ableitung. Diese Ableitung, die können wir jetzt hier einsetzen. Und das sieht dann so aus. Als nächstes, wenn wir jetzt diesen hinteren Term im Integral mit Hilfe von partieller Integration etwas umschreiben. Das sieht folgendermaßen aus. Wir schauen uns nur diesen hinteren Term an und verwenden die Formel für partielle Integration. Wir integrieren dieses Eta' und wir leiten dieses df nach dy' nach x ab. Und mit der Formel der partiellen Integration sieht das Ganze dann so aus. Diesen ganzen Term, den können wir ignorieren, weil wenn wir hier x2 und x1 in diese Funktion einsetzen, dann kommt jeweils 0 raus. Weil Eta von x1 und Eta von x2 ist 0. So, das heißt, das hier, das können wir schon mal ignorieren. Und übrig bleibt dann noch dieses Integral. Und dieses Integral, das setzen wir jetzt wieder hier oben ein. Und damit erhalten wir dann dieses Integral. In diesem Integral können wir jetzt noch in beiden Termen das Eta rausheben. Das Ganze sieht dann so aus. Und dieses Integral, das muss noch immer 0 sein. Diese Störfunktion Eta, die kann man ja völlig beliebig wählen. Das kann jede stetige Funktion sein. Und das Integral über diese stetige Funktion mal diesem Ausdruck muss immer 0 sein. Für alle möglichen Funktionen Eta. Und das ist nur möglich, wenn dieser ganze Ausdruck immer 0 ist. Weil wenn das hier nicht immer 0 wäre, dann könnte man irgendein Eta finden, sodass dieses gesamte Integral nicht 0 ergibt. Es muss aber 0 ergeben, deswegen muss dieser Ausdruck immer 0 sein. Und diese Gleichung, das ist jetzt die sogenannte Euler-Lagrange-Gleichung. Mit der kann man dieses Variationsproblem lösen. Weil was wir jetzt hier gemacht haben, das besagt einfach nur, dass jede Funktion y, die dieses Variationsproblem löst, auch Lösung dieser Euler-Lagrange-Gleichung sein muss. Und deswegen kann man jetzt einfach diese Euler-Lagrange-Gleichung lösen. Und damit erhält man dann eine Lösung für dieses Variationsproblem. In den nächsten beiden Videos werden wir uns zwei Beispiele zur Euler-Lagrange-Gleichung anschauen. Den Link zur Playlist, wo du diese Videos finden kannst, den findest du jetzt noch unten in der Videobeschreibung. . . Vielen Dank.